Ah, ja, was ist das denn? Ah, nein, nein! Jetzt muss ich wieder von hier anfangen! Jetzt, na, nehm ich mal da und jetzt bin ich gespannt. Ach, komm schon! Oh, jetzt sterb ich auch noch voll langsam, ey, das gibt's doch gar nicht. Ja, komm, jetzt stirb endlich! Was ist das? Ach, lol. Ach so, das ist einfach bloß, wow, das ist ja eigentlich gar nix. Okay. Guck mal, diese blöden Splats. Äh! Da kam doch gar nix raus, Mann, was war das denn grad? Nein, 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 nein! Aber egal, ich hab ja meinen Spawnpoint direkt daneben. La, 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 la! La, 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 la! Soll ich mal das hier kaputt machen? Wow! Wow! Alter! Alter, was zum Fick! Wow! Oh, ja! Oh Gott! Ach, du Scheiße! Sag jetzt nicht! Oh Gott, 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 oh Gott! Aber ich komm hier irgendwie nicht so richtig runter. Das ist nur meine Seite, ich dachte schon. Alter, was ist das denn? Ja, was ist das denn? Splash me, Hunger X. Oh, Schönen Mann! Fuckin' Mann, ey, weg damit, weg damit, weg damit! Äh, was? Boah, ich hasse es! Ach so, weil, ah, mein Spawnpoint ist... Äh, okay. Ich benutze mal kurz meinen Game-Mode, weil mein Spawnpoint nämlich gerade weggebaut wurde. Weil sonst wäre das jetzt richtig scheiße. Oh mein Gott, ich hab ihn wohl da gespawnt! Das ist nicht gut. Weg damit. Ja! Der würde jetzt nerven. Okay, Fancy Pants. Fancy Pats. Alter Schwede. Oh, ich sammle hier aber auch komische Tränke ein und all. So, okay. Warte mal, dann machen wir mal hier den Spawnpoint. Game-Mode 0. Spawn. Jump! Oh, wie ist das auf einem Marineschiff? So. Wollen wir nicht erstmal eine Pause machen? Wir sind schon bei 25 Minuten. Ja, du kannst ja... Lol. Nimmst du das? Wir können ja auch hingehen und das durchlaufen lassen, einfach cutten. Meinst du? Ja, bei dich. Okay, ja gut. Aber natürlich doch. Okay, gut. Alter, wie weit ich jetzt wieder laufe. Geht weg, geht weg. Geht weg! Nee, das will ich nicht. Äh, äh. Au! Ich will die ganze Wichse nicht einsammeln, Mann. So. Wichse. Alter, diese blöden Viecher. Sterben. Uh, uh, uh. Uh, aber das ist doch wieder keine Rüstung. Das ist doch wieder irgendwas anderes. Okay, das ist wieder sowas hier. Okay. Okay. Mann, ich hab doch genug. Ja, komm. Ein Lucky Villager. Ja, komm. Oh, her schnell. Ja, ist klar. Was ist das denn hier? Turn around. Turn around. Super Lucky Villager. Wie soll ich denn jetzt hochkommen? Nein! Mir fehlt ein Diamant! Okay. Hab ich da... Ja, okay. Ich bin über dem Berg. Okay. Uh. Ach, deswegen hast du davon gesprochen, von wegen so... Ja, ja. Oh, der verkauft ja nur einen. Ja, ja. Ich hab mir einen Trank gekauft, Mama. Wie geht's denn jetzt hier überhaupt weiter? Ja, das musst du doch wissen. Wo bist du denn gerade? Ich bin auf dem Marineschiff, aber hier ist eine Glasscheibe. Du bist erst auf dem Schiff? Alter. Ja, Mann. Turn around. Ja, und wie geht's jetzt weiter hier? Round, round, get around. Ich bin eigentlich jetzt schon fertig mit allem. Uh. Oh. Ach, du Scheiße. Nee, du bleibst da. Ach, komm schon! Oh. Oh, das gibt's doch gar nicht. Du bist jetzt schon fertig mit allem, Mama. Ach, Mann. Krieg ich hier die ganze Zeit auf die Schnauze? Oder werd hier irgendwie in so komische Gräben reingeschleudert? Oder? Ich komm halt einfach nicht vor, Mann. So, tschüss. Das sind einfach noch so viele scheiß Blöcke, Mann. Aber so, aber so, aber so, aber so. Ja, wahrscheinlich kann ich auch jetzt auch hier unten lang. Ich hoffe einfach bloß, dass ich nicht getötet werde. Einfach, damit ich nicht immer wieder zurück zum Spawnpoint muss. Blumen! Ach, weißt du was, ey? S.O.P. Mystery Potion. Mystery Potion. All weg, der Wichs. Brauch ich sowieso nicht. Oh, oh, was ist das? Was sind das für welche? Das brauche ich auch nicht. Ja, weg damit. Oh. Nice. Ach, komm schon. Nicht schon wieder diese Terror-Fick-Enten, ey. Oh Gott, oh Gott. Ich muss... Ja, danke schön. Die Musik war gerade auch geil. Ja, die haben mich gerade selber genervt, die scheiß Viecher. Wo kommt die Musik her? Baby Ice Tube. Ja, von mir. Das Schiff brennt! Ich komme... Alter! Ich komme nicht mehr weg. Ah! Was ist das? Wow! Okay, warte mal. Punch me? Lol. Was ist das denn? Hui! Wie soll ich denn das jetzt... Wie soll ich denn das machen, wenn das Schiff abbrennt? Oh Mann, ich habe nicht genug Diamanten. Pixie, Pixie, gib mir Level. Ja, liebe Zuschauer, diese Pixies hier, die geben einem pro Einsammeln ein Level. Was ist das denn jetzt für den... Oh, Alter, was... Shooting Star. Okay. Ähm... Wow! Alter, was ist denn das? Oh! Aua! Aua, aua, Hilfe! Aua, Mama! Da sitzt einer drin. Muss man lang gehen? Hölle lang? Alter! Okay. Kommt ihr mal bitte bald wieder ein Spawnpoint? Bitte. Bitte. Jetzt brennt es ja schon wieder die Wolle, ey. Das ist der Wahnsinn. Hunde! Weg! Hunde! Oh, nice. Okay, wo muss ich lang? Ach, da unten geht es weiter, okay. Bitte nichts Böses. Äh, äh, schnell weg! Weg damit. Okay. Boah, da hatte ich ein Glück gehabt. Alter, nicht im Ernst. Alter, wie lange das noch geht? Alter! Boah, ich habe aber auch nur Pech in diesen verwichsten Dingern, ey. Das ist lustig. Komm, fuck off! Habe ich noch gar nicht irgendwie im Emmentar. Gönne ich mir mal. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Ach ja, natürlich. Und wieder Slashkill. Hä? Ich habe aber auch eine Technik. Ich stehe doch direkt davor. Jetzt heb doch die Scheiße auf. Alter Mann. Fuck off. Ein. Ja, endlich. So. Was ist das denn? The true Mr. Rainbow. Okay. Oh, nice. Was kommt da noch? Slashkill. Wow. Eine Kiste mit nichts. Alter, die sind ja totally awesome, die Schuhe. Totally awesome. So, ähm. Ich habe Schuhe, womit ich super, super fast rennen kann. Ah, okay. Ja. Oh, Alter. What the fuck? Flash. Alter. Alter. Bam, Alter. Gebt ihr die Tür. Die Tür, die alles rettet. So. Ähm. Boah, die hat doch voll die crazy Mucke ohne Spaß. Voll die crazy Mucke. Mein Hund. Mein Hund. Er brennt. Bitte nichts Böses. Ah. Ah. Was ist das denn? Was ist das denn? Nur Sia? Alter, wie krass. Write me. Nein, ich will dich nicht schreiben. Alter, komm schon. Was ist denn das für eine Wichse? Alter. Boah, Mann. Ja, ohne Spaß. Ich mache die ganze Zeit irgendwelche Blöcke kaputt und sterbe dabei die ganze Zeit. Aber hier habe ich auch noch einen Kackeffekt. Nein, das muss ich schon wieder. Alter. Diese. So langsam geht mir die Strecke so auf den Sack. Kauft der mir ja noch was. Gilt das eigentlich? Also muss man eigentlich alle Blöcke auch, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Blockdings, so einen, so einen. Unlucky. Bist du ein Lucky? Ja. Warte mal. Hier. Kaputt, kaputt. Geh kaputt, geh kaputt. Ja, komm. Ja, komm. Investiere. Ja, endlich. Alter. Komm, dann mache ich das jetzt nämlich auch. Fuck off! Dankeschön. So, jetzt muss ich... Also wenn wir Struktur... Ach, du mieser, dummer Schwanzwichser. Schwanzwichser. Wenn wir Strukturen spawnen, dann ähm... Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Bob, Bob, Bob. Ich hab Bob. Bob ist zurück. Bob ist zurück. Und ich will nicht sterben. Komm, Alter. Ich lass dich einfach am Wasser. Ich hab auch mittlerweile so krassen Shit im Inventar einfach nur. Komm, du bleibst da. Ja, ja. Bitte nicht, bitte nicht sterben. Nein! Das... Alter! Boah, übertreib halt! Mann! Übertreib halt! Das Problem ist, wenn wir Strukturen spawnen, dann... Müssen wir dann auch alle Blöcke, die da drin spawnen, kaputt machen, ne? Ja. Okay. Alter. Ich hab grad... Der letzte Block, den ich grad von einem Tower kaputt gemacht hab, ist... Katzen, die auf Creepern reiten! Ja, und die Creeper haben voll Schiss die ganze Zeit. Wie geil! Mann! Lasch mich durch. So. Okay. Bitte nichts Böses. Ja, das ist okay. Das ist okay. Du musst erstmal wissen, wie ich da hinkomme. Aha. Wart mal mal. Ab hier. Unglaublich. Oh! Alter! Baby Rabbids! Nice! Okay. Nice. Nice. Nein! Jetzt kann ich die wieder nicht... Äh. Okay, ich brauch hier nicht so viel. Ich muss was snacken jetzt. Was will dieses Rabbit-Vies von mir? Das soll abhauen. Nachher töte ich mich. Wie ist die Rabbit-Vie von mir? Oh, geil. Was ist das denn? So viele Blöcke einfach auch durch... Nice! Okay. Der weckt den dafür dran. Was ist das? Ach so. Boah, weißt du was? Was? Was, Hadi? Was? Mach mal wieder. Mach mal wieder. Was willst du von mir? Set Time Null. Nee, Time Set Null heißt das. Set Time Null? Time Set Null. Mami, 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 Mami. Oh, jetzt seh ich mal wieder was. Wo muss man denn jetzt hier... Muss ich da hoch? Nee. Nee, da ist der blaue Weg. Warte mal, was hast denn du? Und was hast denn du? Ach, ich muss da unten lang. Oh, ja, auf jeden Fall eintauschen, ne? Auf jeden Fall eintauschen. Oh, Alter. Komm, ab ins Wasser mit dir. Ich hoffe einfach bloß, dass nichts mehr spektakuläres rauskommt. So das... Lucky Villager! Oh, Geil! Toll! Mann! Über diese doibullischen... Oh, Pixies, Pixies! Pixies, kommen sie her. Alter, was ich an Tränken habe. Leck mich am Arsch. Das wird ein ultralustiges Wettel werden. Oh, genau. Verpisst dich direkt? Ich bin durch. Ach, und jetzt sterbe ich wieder, oder was? Fuck off einfach nur. Aber... Oh Gott, ich könnte das überleben. Bitte mal ein Spawn. Ja! Ja! Ich hab's überlebt. Und jetzt bin ich tot. Fipp dich doch ganz einfach. Ich freu mich einfach... Jetzt muss ich wieder von hier anfangen, oder was? Ja, ja, das musste ich auch die ganze Zeit. Und es hat mich genervt. Ich hab das wahrscheinlich eh gekrattet, aber... Boah, was zum Fick einfach nur. Jawohl, jawohl. Geil. Also, ich bin jetzt schon fast am Wald. Ich bin jetzt schon fast am Wald, Baba. Oh Gott, oh Gott. Hilfe, 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 Hilfe. Und jetzt sammle ich die ganze Scheiße hier ein. Ey, oh Mann. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ah, was ist das denn? Schneller hoch. Schneller hoch. Schneller hoch. Schneller hoch. Schneller hoch. Jetzt muss ich wieder von hier anfangen. Ich will einfach jetzt nicht mehr sterben. Alter. Geil. Oh, aber der ist scheiße, der Wurm. Ich muss ja auf die Seite sowieso. Oh, nicht schon wieder so ein verfickter Eistube. Noooon. Mann. Ich wollte... Oh, Alter. Ich wollte ins Wasser. Ficken. So. Fuck off. Aber du bist ja da. Ja, ich darf da mal. Ich darf da mal. Weißt du, was ich mache? Ich mache jetzt einfach hier einen Weg aus diesen Lucky Blocks. Alter, ich habe keinen Bock. Spawn Point. Ja, okay.